Heyo Leute und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Matrix. Die und die nächsten Folgen werden glaube ich chaotisch beziehungsweise super langweilig oder unprofessionell, wie immer, nein. Ich esse nebenbei ein bisschen Schokolade und heute muss ich mal ein paar mehr aufnehmen wieder. Heute ist ähm, ähm, Mittwoch, ja. Warte mal kurz. So. Hm, ich hatte mich hier hoch gebaut wegen dem Thumbnail. Hm. So. Hm. Ich wollte schon was Neues machen heute. Wir brauchen sowieso Wolle. Ich weiß, ähm, nicht zurecht, was hier noch rein muss jetzt. Hm. Okay. Eine schwebende Kuh. Okay. Hey. Oh ja. Ich kann gleich scheren. So. Ähm, ja, so langsam wird's tierreich. Ein bisschen zu viel, ne? Aber sonst geht's ganz gut. Wir können an dem Turm weiterarbeiten, obwohl ich würde gerne was anderes machen heute. ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Die Folge wird auch ein bisschen kürzer werden. So. Sieben, acht Minuten. Sieben, acht Minuten. Hm. Wir können ja ein paar Räume irgendwie einrichten. Ich weiß gar nicht, was ich da reinbauen soll, ey. Ähm. Hier wollte ich mein Bett hinhaben. So. Wie geht dem Bug denn hier, ne? Das Gras kommt durch die Wand. Läuft wir dem? Hm. Naja, wir farmen erstmal ein bisschen, glaube ich. Oh. Wir könnten die andere Farben machen. Habt ihr das gesehen? Okay. Hm. Superlaut wieder. Wegen dem Wasser. So. Nein. Du isst jetzt keine Karotten. Ja. Wir können Melone essen. Oh Gott. Ein lilanes Schaf. Hm. Nö. Ist so laut. So. Denk mal, dann werde ich mich an die andere Anlage machen. Würde ich sagen. Würde ich sagen. Wie anpflanzen. So. Dana. So. Gut. Dann hätten wir das auch. Kürbisse können wir auch mal verteilen. Bald ist Halloween. Bald ist Halloween und ich glaube, hier fehlt, äh, ein Samen. Ach ja. Ist auch egal. Ne, den noch mit. So. Ähm. So. Ist einfach nur laut. Ähm. Jo. Jetzt hab ich so ein Mint-Stäbchen gegessen. Das sind so Mint-Schoko-Stäbchen. Und das reizt ganz schön im Hals. Oh. Mutfalle. Lässt du hin? Ja, ja. Ich komm ja. Essen und Spielen geht zur gleichen Zeit, nicht so? Hm. Hi Hundi. Wie geht's dir da? Gehe! Ja. Immer das Zeug wegräumen. Hm, 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 hm. Mob Drop haben wir auch zu bieten. Wir haben ja eine Menge Holz. Was für ein Holz brauchen wir denn da hinten? Oh, kein Nickel. Hi. Oh, hier müssen wir auch noch den Weg weitermachen. Hm. Jo. Geht's gut? Ja, ne? Voll der Riesenbaum. Hm. Ich glaube, das ist normales Holz. Aber wir können ja trotzdem das Holz nehmen. Obwohl, das können wir auch für aufheben. Und da haben wir auch gut. Okay. Gehen wir jetzt mal pennen. Ich kann sagen, was ist das denn? Das ist ein Glowstone. Ich dachte, das wäre ein Ofen. Okay. Komm, ich schau'n der Sonne zu. Äh, Bug? Ja. Es wird zuerst hell, äh, weil der Mond aufgeht. Okay. Alter, es sieht doch voll Kohle aus, gerade. Oder? Wir gehen pennen. Können bei dem Gemüse, der beim Zut, beim Wachsen zu, ähm, wie soll es euch zu? Dabei riechen, genau. Beim Wachsen, mitriechen. Okay. Okay, läuft für die Kissi. Ähm. Ja. Okay. Hm. Dann mal schauen, will ich schauen. So. So. Läuft bei uns. So. Bis hier. Zwei, drei, vier. Und da sind wir schon, out of. Dings, dumm. Dings, bummel. Ähm. Fälle ich, fälle ich jetzt erstmal hier die, diesen komischen Baum hier. Leute, ich weiß nicht wieso, aber, also, wir haben halt mal echt so komische Sprachfehler. Es ist komisch irgendwie. Macht mir echt selbst auch, manchmal Angst, ey. Dieses A kann ich auch schon irgendwie mehr hören. Voll angewöhnt. Wow, okay. Ah, das war gekonnt. Und nicht, oder auch nicht, ne? Ja, genau so. Das war total gekonnt. Mhm. Läuft bei dir. So. Nimm mal das mit. Vielleicht reicht das doch erstmal. Obwohl, wir müssen ja so oder so abpacken, weil hier kein Platz ist. So. Jetzt hätten wir da noch das Holz weg. So. Holz weg. Hier oben ist auch noch Holz irgendwie drin. Da ist Holz drin. Donner. Überall Holz. Da ist auch noch Holz. Ja, und, äh, was gibt's sonst auf meinem, äh, Blog-Kanal? Ähm. Nur, dass der Teil mal geht, ne? Ähm. Na, jeden Donnerstag kommt bis jetzt. Ich weiß nicht, wieso Donnerstag. Hat sich so eingependelt. Vielleicht sollte ich mal so eine Umfrage machen, was so der beste Tag ist. Aber andererseits so, Montag-Scheiße geht man gerade so in die Woche rein. Dienstag, Mittwoch ist vielleicht auch nicht so. Der Mitte, Mittwoch ist Mitte der Woche. Hat vielleicht auch keiner viel Lust. Ähm. Freitag haben sie sich dann alle wieder Feri, also, äh, Wochenende. Das heißt, da gucken sie wahrscheinlich auch nicht viel Video. Samstag sind da sowieso nicht. Denke ich mir zumindest so. Könnte natürlich sein, dass sie jede Menge Zeit haben und dann doch am Wochenende gucken. Ähm, ja. Deswegen kam mir so Donnerstag irgendwie. Es hat sich so... Ich hätte das einmal hochgeladen und dann bis jetzt hat sich das immer so... Ist das so geblieben. So, jetzt machen wir hier den weg. Ich glaube... Wow. Äh, haben wir eine Schaufel dabei? Ja. Gut. So. Dann können wir das auch noch abhaken. Grat abhaken. Der Rastikate sowieso. Hier müssen wir ja sowieso... Brauchen wir ja sowieso, äh... Nicht großartig, ähm... Uns Gedanken machen. So, wir haben hier Dreck. Wir brauchen noch mehr Dreck. So. Okay, dann gucke ich mal. Also hier sollte so eine Treppe runtergehen. Dann können wir hier schon mit den Feldern anfangen. Die können gleich... Hier kommt so ein Zaun hin, würde ich sagen. Hier fängt das Feld an. Hier geht's runter. Äh, warte, 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 warte. So würde ich sagen. Hier kommt sowieso... Eine Wand hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hier mache. Ähm... Ich baue jetzt einfach mal hier... Holz rein, damit ich weiß, dass hier Holz hin gehört. So, warte, 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 warte. So, da kommt die Wand. Äh, genau so wie ich... Ach, das war jetzt Feld, aber ist egal. So, hier sind zwei ja... Ach so, ja, ähm... Was euch vielleicht interessieren könnte... Dass hier unten eine Höhle ist. Okay, läuft bei mir. Leute, ich glaube, das werden wir nächste Folge... Die nehme ich jetzt gleich noch auf. Beziehungsweise, nee, ich nehme durchgehend auf. Ja.